Nein, der wird hier ein. Ach, Quatsch, so. Kreuzer. Ähm, Starship, Slowinted Attack, Autobild, zack. Und dann gibt es noch ein System-Verteidigungs-Ding. Da gehen wir auch mit Zerstörern bei, zack. Und. Und das ist in Point Defense alles. Alles Kreuzer. Und ich hätte mal überall auf... Ah, auf Confirmed Design klicken sollen. Fire und Long Range. Los. Jetzt mach mal weiter, du Arsch. Es nervt. Versteht die Planeten gleich. Die kriegt die 36 Schiffe, die kriegt er nicht weg. Short Armada, Long Armada. Das ist völlig unmöglich. Sie ist viel zu groß für die Flotte. Erzeihung. Oh, da ist ja kein Dings drin. Das ist ja auch immer totale Scheiße. So. Völlig egal. Genau. Das ist alles meins. Ein winzig Planet hier. Auch der soll mir gehören. Ach. Whatever. Oh, jetzt ist es doch los. Oh, er kommt weg. Ich brauche nicht mehr. Der wird es mal entlassen. Oh, leid. Unrest ist einfach blöd. Ja, sonst so. Ja, dass man jedes Mal rumklicken muss, wenn wir so ein paar Eimer in mein System geflogen sind. Da ist jetzt mit den Kolonien mal wieder los, ja, ordentlich wenigstens. Na quatsch. So kleine Pissschiffe. Wir nehmen ein bisschen Chips. Genau, so hatte ich mir das gedacht. Kreuz an die Fregatten und an die Point Defension rum und zack. Das ist nämlich alles schon wieder weg. Da ist nur noch Abfall hier drin. 90? Oh, der hat mich tatsächlich angegriffen. Okay. Hier ist ja nicht mit gerechnet. Okay. Das finde ich jetzt uncool irgendwie, das mal so zu geben. Wer ist der Typ überhaupt? Ich habe nicht mehr Kontakt mit denen. Quatsch. Ach, das ist schon mal nervig, der ist der Typ, ja. Na, da hat sich dieser Samia ja gleich mal ausgerührt. Deswegen sind das Kampffester weg. Lass das mal hier, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ne, ich muss da noch mal rein hier. System Chips. Long-Rancher Tags. Auto Build. Ja. Schon so. Äh, Mist. Okay, ich verteidige dich ordentlich. Jetzt macht er mir doch mal die Hölle heiß. Hilf mir doch. Was, der greift auch noch an. Jetzt bombardiert er mit. Elender Penner. Ja, hat sich ausgerührt. Ganz vergessen. Achso, da kommt doch noch was. Du, 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 ja. Wie hat er jetzt noch? 200 Millionen, jetzt ist er nicht so, dass er weg. Man muss sich dafür sorgen, dass hier verteidigt wird. Doof oder was? Naja. Was macht's? Boom. Das dürfte weg sein. Immer noch nicht. Häufig, häufig. Achso, äh, das war blöd. Ich hätte nochmal einen Auftrag geben sollen. Zweiter hier. Jetzt den mitzwischen. Nehmen wir noch ein Seil. Portion 1. Vermehren sich kaum und die, die sich da vermehren, die hauen nur ab. Bescheuert. Oh ja, da geht es jetzt auch rund langsam. Äh, da ist auch nichts los und da geht es jetzt auch rund, das ist hervorragend. So, ja, es macht ihn endlich kaputt. Jetzt ist er Asche. Ähm, ich hätte derzeit aber nicht schweig, wie auch oft ergeben können. Vergiss es, Alter. Bullshit, Alter. Äh, auch hier 25% bitte, mindestens. 35% sieht aber auch gut aus. Schlürf. Das ist ja schön. Was baut der da? Ach, Mann. Muss das sein. Keine Ahnung, wo die jetzt rumeiern, das ist ganz gefährlich. Oh, mach ich nicht mehr genug Futter? Aber mit einem bestimmten... Aber mit einem bestimmten... Du mein lieber Freund... Du bist removed. Genau, das ist... Genau, das ist bei euch aufs Barren. An Uhr 1, so. Wenn man die alles selber macht, ey. Die muss ich alle natürlich irgendwann mal versorgen. Das ist nämlich genau das Problem, was ich gerade hab. Was? Was? Mach die zur Asche. Sauber. Gar nicht erst ankommen. So, jetzt muss der zweite noch eingesetzt werden. Das reicht noch lange nicht. Nicht für nichts. Naja... Was ist gerade los? Monka. Ich bin der Monka. Und hier? Ne. Grund nicht hingesetzt. Fertig ist. Oh, geht damit. Pfff. 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 Jetzt würde ich gerne nochmal gucken, wo hier meine besten Minen-Planeten sind. Pfff. 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 Ach, scheiß drauf, ob die Leute hungern müssen. Ist echt egal. Bis zum nächsten Mal.